Die gebratene Ameise. Arbeitsspaß. Die gebratene Ameise. Die Ameisen glauben, dass durch dieses Gericht der Arbeitsgeist der Fleißigsten auf die Essenden übergehe. Und es ist für eine Ameise eine ganz komische, ordentliche Ehre, feierlich am neunten Tage gebraten und verschmeißt zu werden. Untertitelung des ZDF, 2020 Aber trotzdem ist es einmal vorbekommen, dass eine der fleißigsten Ameisen, kurz vorm Gebratenwerden, noch folgende kleine Rede hielt. Meine lieben Brüder und Schwestern. Es ist mir ja ungemein angenehm, dass ihr mich so ehren wollte. Ich muss euch aber gestehen, dass es mir noch angenehmer sein würde, wenn ich nicht die Fleißigste gewesen wäre. Man lebt doch nicht bloß, um sich tot zu schuften. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wozu denn, schrien die Ameisen ihres Stammes, und sie schmissen die große Rednerin schnell in die Brandpfanne. Sonst hätte dieses dumme Tier noch mehr geredet. Applaus